Ja, you can't hold me down, yeah, how do you like me now, ey, ey. Can I been blowing up, growing up, growing up, hitting on the right, left, left, I'm scared of the man, I'm not sure, I've been running this train and it's my book. Gonna, 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 yeah, gonna, 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 yeah, gonna, 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 yeah. Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Gruß, ich wünsche euch, jeder von euch hat es sicherlich mitbekommen, dieses Crossover-NBA-Fortnite ist mittlerweile ins Kreativzentrum gewandert und Epic verschenkt uns hier quasi 200.000 XP, um am Ende der Season wahrscheinlich noch ein bisschen leveln zu können. Dazu müssen wir ganz einfach einmal das NBL-Kreativzentrum suchen, dann einmal ein Korb-Chaos-Match spielen, dann im Korb-Chaos-Match Münzen einsammeln, 30 Stück, das Match kenne ich nicht, muss ich mir ansehen, ob das kompliziert ist, weiß ich nicht, werde ich testen. Und wenn wir die drei Herausforderungen erledigt haben, bekommen wir hier noch, ja, dieses Banner, würde ich sagen, rund 50k, also insgesamt 200.000 XP plus das Banner. Klingt gut, werde ich mal loslegen. So, dann starte ich mal ganz normal, äh, ja, den Kreativmodus. So, jetzt habe ich erstmal gestorben, das wollen wir erstmal gucken hier, wo NBA ist, most popular. Ja, hat gezählt, also man muss hier scheinbar nur ein bisschen in diesem Zeltraum rumlaufen. So, ich wähle jetzt direkt hier, ähm, mit nicht auffüllen, weil ich es einfach nur testen will, das Crossover-Korb-Chaos aus. So, reise durch Raum und Zeit, man nimmt beim ultimativen Slam dank Redkampf teil, lege riesige Springer hin und lande in den Körben, um Punkte zu erziehen, verwende Gegenstände, um dich selbst zu boosten, um andere Spieler zu verlangsamen. Gut, klingt interessant. So, dann werde ich jetzt mal gespannt, was das hier ist. Das muss ich, was jetzt hier durch die Körbe. Das muss ich so ein Tor treffen, überhaupt, jah. Naja, jetzt habe ich wohl nichts. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich Airball, was geht es hier ab? Das war's. Aha, das sind die Punkte, die ich einsammeln muss, Gott. Eine Moonmeer, prima. So, zusammenle Münzen. So. Öffne, komm, komm. So. Na, es fliegt Mutti natürlich daneben. I, ist klar. So, ich habe es noch ein bisschen besser hier. Weil jetzt ab den Korb frei und nicht wieder daneben, die Münze mitnehmen. Perfekt, oder? Ich möchte jetzt genommen sieben Punkte, ja. Sehr gut. So, bist du da rein, komm. Aha, Mutti kommt da rein. Jetzt, ja. So, wir haben Sonderpunkte. So, es wurde zwar nicht angezeigt, aber hier ist das Banner. Die XP habe ich scheinbar aufbekommen. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's Gott.